was geht ab freunde der nacht und herzlich willkommen zum final destination 15 wir machen jetzt weiter mit der hauptmission ich habe mich ein bisschen mit jagd und nebenmissionen das beschäftigt wie gesagt das mache ich so aber zu den hauptmissionen werde ich auch immer ein video machen und support das ganze lasten leichter ein abo viel spaß beim zusehen automatisches fahrern aufgaben ziehe lässt nichts liegen okay ich bin mal sehr gespannt und die jagdmission und so die machen ja schon ja schon ist es launa nun zur nächsten meldung heute äußerte sich auch prinzessin luna freya von tenebrä zu dem geplanten friedensabkommen dass sie sich auf frieden verständigen konnten mich mit großer freude was meine vermählung mit prinz nukthus betrifft so möchte ich unbedingt folgendes klarstellen besorgte stimmen fragen sich was nun aus der kanadie wird kann ich diese funktion weiterhin wie gewohnt erfüllen ich möchte an dieser stelle betonen dass ich mein amt unverändert ausüben werde wie gehabt werde ich auch in zukunft alle regionen von eos bereisen und meine gebete werden nicht verklingen es heißt dass prinzessin luna freya in vorbereitung der hochzeit tenebrä schon bald verlassen werde bis zur schließung des ehebundes werden all ihre verpflichtungen als kanagi ruhen die hochzeit ist teil des abkommens natürlich reine formsache soll wohl ein symbol des friedens sein also eher eine art von zweckehe nun die prinzessin scheint trotzdem nicht abgeneigt zu sein genau wie unser nord was denn etwas schüchtern schwör ab ok ja das meer ich kann das mehr sehen das ist der galden kai schwimmen das wärs dahinter was ist das für ein seltsamer berg das ist eine insel berg insel wenn interessiert das schon wir sind hier in einem feriengebiet weiche betten und massagen leute und gute küche die fischgerichte hier sollen absolut fantastisch sein freu mich schon drauf ok lasst uns bald mal eine pause einlegen ja hab ein brand wie ein garola klingt nach einem grund für einen boxenstopp klingt nach verschwendung von zeit und geld alles klar wir sollten unbedingt medikamente kaufen ok erstmal tanken wir die schleuder das darf ich denn machen fahren nicht mehr schön gut dann schauen wir uns jetzt mal um ja das hatte ich auch bezweckt warum ist denn ich hab doch gar nichts mehr markiert warum ist denn das da hallo gut mal gucken was hier gibt was ist das ein waffenhändler ok hoffe es ist was für dich dabei ein breitschwert ok großschwert wanzen deutsche schusswaffen ok nimm mal das schwert das ist ja auch nicht so teuer ja eins ne wir sind im geschäft macht 32 die macht 45 wacker wir sehen uns nicht so Deutsche. Ich weiß auch nicht, ja. Gut, dann rüsten wir uns jetzt erstmal aus, würde ich sagen. Inventar. Überprüfen. Waffe. Gut. 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 herzlichen dank bestien okay herzlichen dank stets zu diensten legen heute wirklich keine schiffe ab habe ich jetzt irgendwie mal was weggenommen noch das nein gladius nein igmus nein okay das kann man noch die magie genau feuer haben blitz ist echt crazy man machen wir mal alles rein alles habe ich noch nicht so ganz gecheckt ich will nichts davon muss ich jetzt echt hier was ausfüllen nein oder machen wir mal wieder zurück eis BOOM! Legen wir mal ins Wind da hinein. Nein, anscheinend lassen sie niemanden nach Altissia rein. Schön schön sieht das aus. Schön schön. Was soll ich mit dem machen? Ich hab Hunger. Wow. Ich sehne mich nach meinem Zuhause. Und alles nur wegen des Waffenstillstands. Ne Sondermünze zum Friedensabkommen? Echt jetzt? So ein Quatsch! Das ist euer Taschengeld. Hey, sag schon, wer bist du? Sag dich doch schon, ein Wanderer. Ja, klar. Merkwürdig. Ob es stimmt, dass die Schiffe nicht fahren? Hm. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Am besten, wir schauen mal nach. Am besten, wir gucken mal, was wir hier essen können. Herzlich willkommen bei uns. Wie kann ich Ihnen heute behilflich sein? Okay. 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 Hier ist unsere Karte. Boah, 2000. Ach komm. Gönnen wir uns. Ganz wie Sie wünschen. Leicht Wucher hier. Aber vielleicht wollen wir den Fisch fangen können. Bumm. Haben wir vielleicht Glück, dass der das Rezept jetzt lernt. Aha. Sieht recht gefährlich aus, nicht wahr? Ja. Passen Sie gut auf sich auf. Auf jeden Fall. Shit. Der konnte es nicht lernen. Schade. Das hätte mich schon gefreut, ne? Glaube ich gerade falsch. Ich glaube, dieser Fisch ist mein Neu... Aufgaben. Wir machen erstmal das. Okay. Wirklich? Du magst ihn lieber als Fritten? Hm. Also gut. Okay. Das ist eine gute Frage, mein Freund. Ja. Ja. Ich hab' gedacht, da kann man alle. Ne, man kann sich nur hinsetzen. Ja. Was machen wir denn jetzt? Na, das wird doch gleich. Weil man aus Altissia derzeit nicht wegkommt. Meinen Quellen nach hat Niflheim angeblich ein Embargo verhängt. Ihr müsst die Noctis-Truppe sein. Habe ich recht? Höchst erfreut. Mein Name ist Dino. Ja. Als Reporter habe ich so meine Quellen. Von mir bleibt nichts geheim. Von eurem Jagddebüt habe ich ebenfalls gehört. Ihr seid inkognito, oder? Keine Angst. Ich halte dich. Allerdings. Wäscht eine Hand bekanntlich die andere? Kann ich mal aufs Maul hören. Hauen wir mal zu. Hm. Sehr schön, du fackelst nicht lange. Gib mal deine Karte. hab euch auf der karte eine stelle markiert wo es roh edelsteine gibt die brauche ich für meinen zweitjob im gegenzug versuche ich euch ein schiff für die überfahrt klarzumachen und meinen mund zu halten natürlich hat uns ja direkt erkannt naja wir verheimlichen es auch nicht wirklich er meinte er sei reporter wenn wir einen artikel über uns vermeiden wollen sollten wir uns gut mit dem stellen ja habe ich ja auch vor sonst möchte ich nicht lang laufen was jetzt hier mit der fragezeichen hat sie was ist gehst du spazieren hast du dich etwa verlaufen dann hast du bestimmt hunger hunger also verstanden warte mal eben jungs wir müssen hier irgendwas suchen futter meinst du du könntest was angeln gute idee das machen wir okay das ist aber auch abend und süß ja jetzt sucht doch wo wir angeln können karte das hungrige kätzchen genau das machen wir wird aber langsam dunkel ich glaube die mission machen wir noch also wir angeln mal kurz habt ihr auch einen einblick darüber oder beende ist die part auch ja hier war es verdammt lange laufwege nacht moin moin zum küsten fischen hier spinnenseide besten dank ach du kack was kann man hier alles kommen bis hoffentlich bald okay angenehmer auf in den kampf hier kannst du mal Fische fragen für du es am besten gleich mal da hab ich ja vor zunächst ein kühler ...kürlaa... Ah... Okay... Okay... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ok 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 Oh Uuuuuh. Holy moly. Ah, da ist ja nix. Da ist ja nix. Und einmal da hin. Ja. Ja. Okay, ich mach mal hier einen Cut. Okay, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich versuche jetzt mal weiter meine Angelfähigkeiten auszubauen. Und ja, lasst ein Like da, supportet den ganzen und haut rein.